Warrock-Side, Warrock-Side, wir sind alle dabei. Heute mal in der Marien-N-I-U-Seite. Hey! Willkommen Freunde bei Let's Play Warrock im Projekt Lonely. Heute mit am Start im Raum dabei Mirai Nikki, unser Stammgast quasi schon. Und heute spielen wir natürlich mal mit dem Assault und mit der M4A1 und gucken mal wie wir uns dann so schlagen. Weil ich wollte mal diesmal auch mal Nades benutzen, um auch mal darin ein bisschen besser zu werden, wenn ihr versteht was ich meine. Und darum heute mal keine Medic. Und heute wird es eine längere Session. Alter! Und heute wird es eine längere Session, weil Mirai hat sich mit den Coupons 15, äh mit den 15 Coupons genau einen Tag Premium geholt. Das heißt, wir können Räume spielen, die eigentlich unvorstellbar sind gerade. Das heißt, einfach jede Map so. Weil ohne Premium bist du halt voll eingeschränkt auch. Und, ähm... Uah! Da kannst du halt nichts machen. Aber wir fangen natürlich klassisch wieder mal mit Marion an, damit wir auch dem Let's Play treu bleiben. Irgendwie, dass man auch größtenteils einfach Standard-Maps zockt. Und einfach die Maps, die auch sehr beliebt sind. Alter! Häh?! Wieso sterbe ich denn immer von hinten? Egal. Mirai regelt das natürlich schon wie immer. Und wir müssen echt mal ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht alle Gegner aus dem Raum, ähm... Ja, verdrängen quasi. Oder dass sie Angst haben, ihre KD zu versauen, weil Mirai hier wieder hackt, weißt du? Das ist halt wieder... Da kann man nichts machen. Das ist der Hack von Mirai. Das ist einfach unfassbar. Schickt den mal per E-Mail, bitte. Äh, da können wir da mal ein bisschen, ja... Mal, ne? Reden. Ne, ach was? Der hackt... Ah! Lol, ich schreibe wieder eine Note. Der hackt natürlich nicht, das ist alles Skill. Das, was mir natürlich noch fehlt. Aber ich versuche jetzt mal mehr Warok zu zocken. Wow. Weil ich will ja auch mal... Gegebenenfalls... Besser werden. Alter! Durch die Flash. Über nice. Kann man nichts anderes dran rütteln. Aber... Zwei Gegner sind ein bisschen low, ne? Ach, jetzt geht's. Drei gegen drei ist jetzt am Start. Und wir versuchen natürlich uns trotzdem hier am Riemen zu reißen und dieses Match natürlich siegreich zu verlassen. Und ich glaube, Mirai wird da bald wieder als Hacker beschimpft. Man deutet es quasi an, dass Mirai am Hacken ist. Aber hey. Achso, nehm ich das mal an, dass das sagen wird. Man munkelt einfach. Man munkelt und ich reloade mal und gehe in Deckung und guck nochmal an die Hacke! Nein, du kriegst dich nicht. Ah, Mist. Hätte ich da nicht viel loaden müssen. Gut, er hat geklärt. Alles klar. Und es ist gerade ein 4 zu 3. Wir sind zwar noch in Führung. Mit 4 zu 0 sogar. Muss man sagen. Also krass. Äh, und ich habe erst einen Kill. Weißt du? Mirai hat einen Rest gemacht quasi. Oh, die Nate war scheiße. Müssen wir noch üben. Oh, heal dich mal. Ich protecte dich mal hier. Damit dir keiner zu nahe kommt. Ja, das muss man natürlich auch mal gucken hier. Und der schmeißt bestimmt den Nate? Nee. Lol. Komm, streck deinen Kopf raus. Ausstreck deinen Kopf raus. Ah, der Nate-Trick. Oh, Kacke. Alter. Fuck. Aber Mirai regelt. Natürlich wie immer. Und ich finde die Teams gerade ein bisschen unfair. Aber hey. Das ist halt, ja. Random. Und mir gefällt es übrigens. Wie schon ein paar Mal es wieder erwähnt. Dass ich Pings habe. Ist einfach hammergeil. Und ich will es nie mehr missen. Ah, fuck, ey. Nein, 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 nein. Nein. Ah, der hat geleckt bestimmt, oder? Der hat einen Pink von 300, ey. Scheiße. Der hackt also. Meinst du? Ist der hackt? Oh, das ist aber eine coole Waffe da. Ich weiß ja nicht, ob der hackt. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen, Mirai. Okay, ähm. Sehen wir dann. Ob der noch hackt. 2 zu 4. Aufwärmrunde gerade. Und, ähm, ja. Was man noch ankündigen kann. Ich bin am Special dran, ne. Es haben sich natürlich ein paar 200 Abonnenten Special gewünscht. Und auch ein Jahresjubiläum quasi. Und darum dachte ich mir einfach, ich mache ein Special. Das, äh, 2 in 1 ist. 200 Abos Special plus Jubiläum. Einfach ein bisschen länger und so. Und ohne hier Neujahr Special. Weil ich hatte ja schon ein Weihnachtsspecial. Special und, ähm, ich denke mal, dass es eigentlich genügen sollte. Alter, da waren jetzt 2. Ich wollte mich auf den einen konzentrieren, weißt du? Da kommt der andere um die Ecke. Und ja, ich bin auf jeden Fall dran. Ich bin gespannt, wie es ankommen wird. Ich habe da mal ein bisschen ausprobiert. Und es handelt sich natürlich auch wieder um Varok, natürlich. Das Community-Projekt. Was ihr natürlich am meisten sehen wollt. Mit einer kleinen, feinen, äh, Special-Mischung. Aus dem anderen Game. Was aber jetzt weniger Gameplay bezogen ist, sondern eher, ähm, vom Reden her quasi. Ja, ihr werdet das dann schon sehen. Ich werde da irgendwas passen. Und dann könnt ihr ja mal... LOL, da hekt wirklich einer. Da hackt wirklich einer. Und ich bekomme keinen Kill ab. Das ist einfach mal zum Kotzen. Okay, ich denke, der hackt also doch. Ja, so schnell kann es gehen. Ein Hackerspaß hier drin. Und keiner kann ihn kicken. Bäm, Junge, in die Fresse. Nice. Die Luftwaffe 21. Natürlich kenne ich ihn noch. Schöne Grüße an dieser Stelle. Luftwaffe 21. Ich werde hier kurz mal ihn anschreiben noch. Na, nach der Runde dann. Sonst ist sie wieder so verbuggt. So. Luftwaffe. Ein. Ups. 21. Klar. Klaro. Komm, Raum. 1, 1, 8. So, da habe ich ihm gerade mal angeboten, dass er in den Hacker... Ist der Hacker draußen? Dass er in den Hackerraum rein kann. Oh, Entschuldigung, falls er das will. Jetzt habe ich gehustet. Sorry. Ich will nicht ins Mikrofon husten, aber das war jetzt leider... Das konnte ich irgendwie nicht aufhalten. Das war so ein Husten, dass man nicht stoppen kann. Fuck. Nein, von hinten, du Nutte. Fuck, 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 fuck. Nein! Alter. Ja, Mirai, heute mit Asult. Ja, mal was Neues. So. Heute mit Asult, wie gesagt, wegen den Nades mal ein bisschen und wegen der M4A1, die ich ja sehr vermisst habe. Aber ich werde natürlich auch den nächsten Runden mal wieder Medic nehmen, natürlich. Das ist ja keine Frage, du Nutte. Danke, Mirai. Du hast mir gerade den Arsch gerettet. Also, ich bin heute sehr... Also... Was? Mein Skill ist heute sehr dubios. Shotgun 3. Besser gesagt, Shotgun X3. Ich schreibe mich natürlich jetzt auch an. Der kann natürlich auch nachschauen, wenn er will. Ich schreibe mir gerade mal den Raum auf. Okay. Shotgun. Shotgun X3. Raum 1... 1, 8. Hi! Nein, jetzt habe ich das falsch geschrieben. Ich nutte. Shotgun X3. Ne, irgendwie nicht. Raum 1, 1, 8. So. Achso, ne, da habe ich schon geschrieben. Ich vollpfosten. Oh, ich sehe das nie, weißt du. Ich denke dann immer, wenn es grün ist, ist es dann noch von ihm. Das ist ein bisschen blöd gemacht mit dem Chat. Ganz im Ernst. Aber man gewöhnt sich dran. Das ist eh letzte Runde jetzt. Dann können wir neu starten. Ich will natürlich versuchen, immer 9 wins zu machen, damit die Parts länger sind. Aber das gelingt ja nicht so oft. Alter. Protect me, bitches. Oh Gott. Alter, danke, danke, danke. Heil dich. Ich protect dich. Sag mir... Sag mir schon, wenn es aus ist. Ja! Lol. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Mirai. Fuck! Nein! Ich wollte zurück... Ich wollte mich heilen lassen, verdammte Axt. In diesem Sinne, bis gleich. Wir schneiden hier kurz und ja, bis zur nächsten Folge wahrscheinlich dann. Ciao!